Hallöchen Leute! Oh, das ist schön, dass wir gleich Weihnachtsmusik haben. Wunderbar. Herzlich Willkommen zu... ...Mine-Mine-Games. Wir schauen mal, wo wir spielen. Einfach ganz spontan jetzt aufgenommen. Damit ich bisschen was für uns in die Woche habe. Nur, weil ich euch liebe. Bitte nicht auf mich warten müsst. Och Joach. Hm. Ähm... Wo schauen wir denn mal rein? Hm. Ich denke mal, wir nehmen ein bisschen... Oh, nehm mal ein bisschen Smash auf, oder? Nehm mal ein bisschen Smash auf. Oh, das ist so schöne Musik. Oh, das ist einfach auch immer wieder so oder schön. Das tut mir leid, wenn ich so krass gekillte. Aber das ist, äh, hier. Äh, dabei. Ich gucke mal. Na, schau mal, was hört dazu. Hallo. Ihr macht schöne Sachen. Find ich, find ich gut. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Ich bin kein guter PvPler. Uh. Das ist die Map hier. Okay, mal gucken. Ich hab keine Ahnung, was für Items an sind. Aber ich glaube, es sind alle an normal. Weil man kann glaube ich nur eine Party ändern. So wie ich weiß. Ach ja. Und bald haben wir Weihnachten. Die Musik ist wunderbar. Nein, 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 nein. Äh. Nein, äh. Äh. Bitte, bitte, bitte. Geht die weiter auf mich? Ich will nicht, dass meine... Wo ist eigentlich mein Skin hin? Ich finde es komisch, dass mein Skin nicht angezeigt wird, wo die eine Mio extra gemacht wurde. Die geht weiter auf mich. Äh. Find ich cool. Sehr fair, übrigens. Ich hab's nicht. Määä. Du 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 du. Hu. Ich hätte gerne mal ein Item. Mit dem ich auch was anfangen kann. Ich hätte generell mal ein Item. Mit dem man was machen kann. Ja. Sehr geil. Und ich komm jetzt! Einfach mit der wunderschöne Taste ran am Stampfen. Äh. Ich bin hier oben auf dem Berg. Und da ist... Uh. Schick. Schau mal. Oh. Natürlich viel schicker. Aha. Du 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 du. Wunderschön. Wunderschön hast du das gemacht. Du 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 du. Okay. Das ist gerade noch viel besser. Auch wenn ich mich gerade dummerweise selber getroffen habe. 4 Prozent. Er hat nur 31 Prozent bekommen. Ist das gerade richtig? Ja. Habe ich richtig gesehen. Ich habe mich selber viel stärker verletzt als mhm. Ich bin der Beste. Ich ich kann das. Ich bin super toll. Ist auch so super fair dass die beide auf mich gehen. Aber ich ich habe mich gut gewehrt bisher. Ja. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Wie hat der sich geheilt? Hatte der gerade eine Suppe in der Drecksack? Yay. Und runter. Schade. Das war wohl nischt. Das wird glaube ich auch nicht besser. Hm. Hallo. So super. Na. Na. Na gut. Wo wo steht hier? Quidquidquidquidmatch! Aus hier. Du 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 du. In lobby. Dreif auf hier. Zwift hier auf hier. Hallo. Hallo. Ja hallo. Passt alles. Okay. Hallo. Na. Hallo na. Ist das hier auf YouTube? Hihihi. Okay. Ähm. Pfff. Oh. Hallo. Pfff. Oh. Pfff. Pfff. Pff. Nein. Das war dumm. Äh. Nein. Nein. Uff. Pff. Pfff. Pff. Ich bin voll auf den bittigsten Tricks der Welt reingefallen. Ich bin nicht als erster gestorben, ich fühl mich gerade voll guuuuut! No! 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 Du bist dieser Himmel wieder gestorben! Ah! Bröpf! Er hat auf mich abgesehen! Er hat voll auf mich abgesehen! Der mag mich nicht! Ich glaube, er mag mich nicht! Pam! 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 Pum, Pum! Urgh! Urgh! Hilfe! Hilfe! Pam! Nein! Oh! Oh man! Warum hab ich dich jetzt nicht getroffen? Du, du super duper Dröcksack! Du gehst mir gerade ehrlich auf den Sack! Mein Mann! Wuhuhu! WeChat Hilfe! 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 Oh nein! Hetem! Hilfe! 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 Das greifen ist super! dapat Eine Proximity Mine, ich hab keinen Schimmer was zu machen, na dann, viel Spaß damit. Okay, ich hab... Aber was das gerade war... Okay, ich bin tot. Das war schon mal wieder eine sehr gute Runde. Nee. Bonjour, je suis... Okay. Nein, das find ich uncool. Leute, please. Ah, da. Wie too much? So, ich war doch mal weiter. Gucken wir mal. In Lobby. Vier von ein auf... What? Das sind ein bisschen viele. Nee, danke. Also ein bisschen viele Plätze. Die eh nicht voll werden. In Lobby. Wo ist Obi? Ich suche Obi. Obi, Wan, Kenobi, Kenobi, Lobby, Probi. Ich geh mal nochmal schlicht Hube. Ich weiß, das ist wunderschön professionell, aber es ist... Es ist Smash. Ich drehe mich einmal um und ran dahinter. Und dann haben wir die Legs. Uh, schön. Aber die lassen ja wieder nach. Oh. Wir suchen in Lobby. Wir gehen zu... In Lobby-Typy. Nein, Adobe is full Weil ich nicht schnell genug Rechts geklickt habe Doch, Platz Hallo Uh, ein Ruffy Okay, ich mag dich Cakebomb, ich mag dich Bis jetzt mag ich dich Hallo Na, du Na, na Körbe, Körbe Jetzt warten wir noch 10 Minuten Äh, 10 Minuten, genau Wir warten jetzt 10 Minuten, bis die Runde beginnt Und dann ist das Video auch schon vorbei Ich habe gar nichts zu erzählen Ich will noch nicht immer auf die Fresse kriegen Wir werden sehen Wie gut ich mich anstelle Pam, 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 pam Pam, 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 oh Ruffy, Körbe, Körbe, Körbe Äh, du klebst irgendwie im Boden, Junge Ich hole dich mal raus Bitteschön Danken kannst du mir später Diana, die Beste Ja, lass du Skype Ja, ich habe Skype Was? Äh, Ruffy, please Ach, Ruffy tut nur so, als wäre er verletzt Ist es traurig, dass ich selber spiele und für Cakebomb bin Hab ich mich mal erwischt? Hallo Hä? 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 Äh, da wird ja was in der Streit Ah, da, 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 da Da, 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 da Was denn? Wie ist denn Gold? Alles gut jetzt Na ja. Läuft. Meine Maus, bitte kommst du. Ja, dankeschön. What the? Ich hab 39% und fliege einfach 1000 Meter weit. Wie unlogisch ist das bitte? Das muss ich mir mal erklären, auch eventuell in den Kommentaren. Wieso? Fliegt man bei 39, wird dann weiter, als wenn jemand 150 hat. Wenn man den trifft mit irgendeinem Schlag oder so. Das war's, glaub ich, zu weit. Nein. Genau richtig. Find ich gerade gut. Find ich gerade sogar sehr gut, dass es geklappt hat. Stoonshort. Stoonshort. Ah. Oh. Mal schauen. Oh. Wui. Nein, nein. Der hat mich getroffen, ist abgeprallt an meinem Kopf. Läuft von diesem Bogen. Läuft bei dem Bogen. Jetzt fliege ich ja noch weiter, als vorher. Warte. Das hat mich gerade getroffen. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Aber okay, das wird noch. Das wird noch. Der Diamant. Wo ist der Diamantboy? Das war gerade der Diamantboy. Der ist gut. Oh, hallo. Na? Würdest du bitte sterben gehen? Oh. Hä? Man fliegt hoch und fällt... Hä? Okay. Finished. Was? Oh, ich bin Zweiter. Wuhu. Ich bin Zweiter. Sehr geil. Schöne Runde. Schöne Runde. Und tschüss. Sie bitte. Dankeschön. Meep. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das wäre jetzt erstmal die erste Runde. Einfach mal zum testen. Aber. Nach dieser Runde werde ich dann auf Twitter Bescheid sagen. Wenn ihr das lest, könnt ihr natürlich... Miet machen. Hallo. Das ist wieder ein Diamantboy. Ich habe den Satz leider nicht verstanden. Es tut mir leid, Diamantboy. Das ist Schneeke. Oh. Pam. Nein. Ich habe sechs Pfeile und verfehlen alle. Okay. Einmal habe ich jetzt getroffen. Ah. Nein, 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 nein. Nicht Diamantboy. Nein. Nein. Diamantboy. Bitte. Bitte. Reiß dich am Riemen. Entschuldige Frau Müller, ne? Und die gibt ihr dann Schlafarbeiten und lässt sich nachsitzen, ne? Ja. Die ist böse. Oh, das war... Oh, da ist irgendwas explodiert. Bam, 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 bam. Junge, ah, meine Maus, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Meine Maus ist extrem scheiße, sah mal in meinem Tisch fest. Ist er jetzt gerade scharf gespawnt? What? Irgendwie uncool. Dann zeige ich dir mal meinen Pokémon. Er hat so eine Art Kapador bekommen und ich kriege eine Spinne. Ich kriege einen Webrack. Einen Webrack. Ich weiß, es heißt Webrack, aber Webrack klingt viel cooler. Au. 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 Wow, ich wollte ihn noch gerade greifen, mitnehmen. Shit, das hat nicht geklappt. Sehr schade. Zu greifen und mit runterziehen ist immer sehr lustig. Du, Profi-Jugge. Profi-Profi-Junior. Kommt, oh, der rennt nur weg. Was ist mit dir los? Hallo. Leg. Bist du den, äh, Mount, Mount Poop-Far? Kapattnommen. Po, 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 po. Po, 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 po. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Jetzt reicht er nicht mehr weg. Aber, jetzt trete ich weg. Ich habe ihn natürlich nicht gewischt. Um 22,25 Pixel nicht getroffen. Ähm, bitte! Ja, das du! Wo bin ich? Was? Ich bin doch in eine ganz andere Richtung geflogen. Ach, der hat mich geangelt. Der Drecksack. Ich habe ein paar viele Prozent, ne? Du aber auch. Komm her! Lass dich angeln! Ich habe gerade bei der Angel benutzt und da ist es einfach kaputt gegangen. Im Angelversuch. Ich wollte doch diesen dicken Lümmel hier ranziehen und ihn wegschlagen! No. Was war das? Das war ein Leck. Ich älger dich! Das war dumm. Uh! Nein! Uh, unschön. Ich will gerade... Ah, das war uncool gestorben. Jojo hat Gene. Jojo, du hast Gene, wusste ich nicht. Du bist jetzt tot! Nein, bist du nicht. Aber gleich. Na, Hilfe! Ah! Kommt du auch schon wieder her! Lass mich in Ruhe! PAM! PAM! Ins Gesicht! Und nochmal! Uh, das sind schöne Brotzeite! PAM! Und tschüss! Ich hoffe, ich habe jetzt eingetötet... Ne, eingetötet... Okay. Ich hatte selben Probleme wie ich! Ah, Hilfe, Dudleck! Wuh! Ah! Nö! Nö! Huhu! Bin nochmal beschissen gerade! Diese, äh... Es wird schön für mich! Der Profi Junior hat einfach doch alle drei Leben! Und ich bin tot! Ja, uncool! Hm! Ach komm, wir machen jetzt noch eine Runde! Wofi Junior gewinnt eh! Wohl! Ja, mein Ball ist richtig gut! Oh! Eine Runde geht noch! Eine Runde geht noch! Hallöchen! Hahaha! Ähm! Haben wir noch eine Runde? Hm! Äh! Pfff! 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 Opa! Blaze, 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 oh, da schießt seinen eigenen Herrscher ab. Weißt du was? Ich esse das mal. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß, das Verschwenderrichter habe ich mir sechs Punkte nicht zurückgeholt. Ist egal. Ich glaube, hier ist öfters mal was mit Raketewerfer eingestellt. Hier sind schon ein paar mehr aufgetaucht. Das ist uncool. Das ist uncool. Uncool. Lege. Nein, bitte dich, dann. Ich habe keinen Bock aufsteigen, Leute. Ja. Das ist ein schönes Ende der Folge. Ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt, Schmeich. Ohne Lags. Bis dahin, tschüss.